Andy hat ein kleines Problem. Ja, hat mal einer gesagt, dass es nicht so klein ist. So klein! Andy! Ein Problem, das immer größer wird. Ja, aber dass du in der Zwischenzeit gewachsen hast, hast du schon bemerkt. Die geilste Komödie des Jahres. Doktorspiele. Er ist doch gewachsen. Ab 28. August im Kino.